so mein lieben leute willkommen wieder zurück zu einer neuen folge von work of ages wir versprochen heute bei medusa heute mit einem ganz anderen ball wer schnell gucken konnte der hat es auch gesehen mit welchen beiden wir heute unterwegs sind aber das ist erst noch nicht ganz wichtig denn wir müssen oder wir versuchen jetzt erst mal mit user hier platz zu machen ich glaube das ist wichtiger als alles andere dazu brauchen wir ein paar königchen katapult und sowas eben das typische was man am anfang gerne benutzt so jeden habe ich auch noch eine kleine abwehr gemacht jetzt bei elefanten die zwei elefanten und hier eine kanonchen und eben hier vorne noch mal die einabwehr so sie fährt los denn wir haben diesmal einen ganz anderen ball und zwar haben wir diesmal diesen bomben ball weil ich den hier noch nie benutzt habe einfach mal gespannt was der eigentlich ausmacht weil den habe ich ja noch nie gehabt ob der überhaupt was bringt weiß ich nämlich nicht müssen aufpassen dass dann ja nicht zu oft hier so kaputt geht und eben auch dieser zünder nicht dafür machen wir hier auch langsam alles weg ich mache das so richtig mit dem ball ich sehe jetzt bloß noch nicht wo er eigentlich ist bei mir das habe ich bisher jetzt nicht rausgekriegt oh er ist schon durch bei mir so aber der hält aber auch nicht aus dabei 142 schaden das ist ja gar nicht obwohl man überlege er ist ziemlich ziemlich kaputt gegangen so sie ist zwar schon auf dem weg aber ist alles kein problem für mich natürlich ich bin natürlich gewappnet und vorbereitet auf die ganze runde jetzt von mir alles neue probleme außerdem machen wir jetzt auch los und das wird natürlich auch kein problem hoffentlich dass ich die map gerade komplett vergessen habe und nicht wusste wo es eigentlich lang geht das ist schon ziemlich traurig ich weiß nicht was das gerade für ein knacken war ich habe selber extrem laut gehört so sie ist zwar durch ist aber für mich kein problem müssen jetzt nur eben ordentlich durch kommen dann ist auch alles in ordnung Likewise! Ja, 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 ja! 127 fucking holy shit. Der macht ordentlich... Also, guck mal, wir sind ja der nächsten attacken Done. Jetzt noch sind wir durch, wenn wir noch mal so ordentlich durchkommen. Der Ball ist... Jeder Ball hat seinen Vor- und Nachteil. Das müssen wir ja einsehen. Boah, der Ball ist ja schon ziemlich krass, wenn der loslegt. So, das war's mit unserem Geld. Jetzt muss man nur noch warten, bis er Oder bis sie losfährt Und wir sie wieder platt machen können Ist doch nice, oder? So, dann macht sie schon wieder los Alles kein Problem für den lieben Meister Menzi Ja, schön, wegfahren Typisch So, das ist alles für uns irgendwie langsam kein Problem mehr Sie zu treffen Auch ziemlich einfach, vor allem weil Sie auch ziemlich aufgehalten wird, gerade hier Richtig penetrant Irgendwie hat, das hat sie auch letztes Mal gemacht Aber mich würde mal interessieren, wenn ich jetzt Komplett ganz durchkommen würde Das würde erstmal nicht klappen Vielleicht eine der ersten Runden So, dass ich dort durchkomme Ohne Probleme Ach, da oben mit diesem Shitding Der kotzt mich auch an mit seinem Elefännchen Oder was das ist Oder Was ist denn das eigentlich? Gefügelt unter Stier oder was? Ich hab gehört, das Fleisch schmeckt lecker Aber alles wird zu blieben Ich würde auch mal gerne wissen, wie ihr das im Moment so haltet Mit meinem Aufnahmegedöns So wie ich das im Moment alles mache Das bedeutet jetzt nicht nur ein Video bringen Sondern manchmal auch zwei Videos Abwechslung in die ganze Sache reinbringen Ob das in Ordnung ist Oh, die haben locker Ich hab gewonnen 198 schon Oh, fuck Ich muss da doch durchkommen Ich muss da doch durchkommen Der explodiert ja Nein Oh Fuck Alter, daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht Wir hatten daran gedacht jetzt Das würde mich jetzt mal interessieren Ob irgendjemand jetzt daran gedacht hat Dass ich hier noch durchkommen muss Weil er hier explodiert Oh Scheimt Leister Sie macht los Sie macht los Der hat mir auch nichts gebracht Irgendwie Stärker zu sein Oder so Das ist ja Oh Nein Komm 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 Also ich glaube Ich nehme das hier alles rein In die Runde Ich glaube Das schneide ich überhaupt nicht raus Fuck 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 Sei einfach hier durch Oh, ich komme nicht durch Ich komme nicht durch Oh, ist das peinlich Das ist sowas von peinlich Scheimt Leister Was, das Spiel gibt mir jetzt noch eine Chance Irgendwie Was ich hier nicht glaube Doch Das Spiel gibt mir noch eine fucking Chance Alter WTF Warum erkennen die Stiere mich jetzt nicht Also Alter Fucking So, da gucken wir uns mal Was wir hier freigeschalten haben Ich würde mal sagen Diesen großen Stier Oder was das ist Oh, hier unten geht es auch noch weiter Himmelsbulle, genau Alter In Ägypten Aber ich würde mal sagen Wir machen das hier oben Dieses ganze Europa-Gedöns fertig Ich würde sagen Wir machen nächstes Mal Oktober Und den Part danach Machen wir hier diesen Felsblock Um uns endlich mal das Fels zu holen Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Tschüss 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 Sch